Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video habe ich den letzten Duo Cash Cup dieser Season zusammen mit Niklas gespielt. Und wie der verlaufen ist, könnt ihr auf jeden Fall am Ende dieses Videos sehen oder generell im ganzen Video. Aber wenn ihr euch das Video bis zum Ende anschaut, dann seht ihr wie wir geplaced haben. Und der liegt echt gut. Wir hatten wieder eineinhalb Stunden Late Start, weil ich hatte halt wieder was zu tun. Und deswegen war aber nicht so schlimm. Aber der Cup war trotzdem sehr sehr geil. Und es war auch sehr sehr gut. Und ja, wie gesagt, wie das verlaufen ist, könnt ihr ein Video sehen. Schaut euch dann gerne bis zum Ende. Aber bevor das Video jetzt beginnt, folgt mir gerne auf YouTube. Lasst auf das Video ein kostenloses Like da. Und abonniert gerne den Kanal. Und folgt mir auch gerne auf Twitch. Da bin ich bei den 17 Abonnenten. Ihr seht schon links im Bild ist das so eine Anzahl von Followern. Ich will 1000 Follower schaffen. Und auf jeden Fall, da ist so eine Anzahl. Und falls ihr mal bei einem Twitch-Stream von mir vorbeischauen wollt, wo ich die ganzen Cups auch streame, unter anderem, ja, dann folgt mir da gerne rein. Und dann vervollständigt sich vielleicht irgendwann mal die Spalte da, die ihr da unten seht. Und ja, das wäre auf jeden Fall sehr sehr nice. Und ich würde aber jetzt sagen, ich habe genug gelabert und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ey, ja. Oh, nee. Ey, ich bin direkt, ich bin direkt geschossen. Genau. Mach Sinn. Kommst raus, direkt zu Spalte. Ey. Krass, ey. Der ist hier hinten von mir aus, von mir aus. Nein, nein, nein. Paul schafft das. Ich glaube an Paul. Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020